Und da sind wir in der Maske. Meistens kommen wir hier so gegen morgens um sieben, halb, acht. Sechs, sagt Patricia, die sitzt da drüben. Meine Mutti. Wo ist denn die Grappa-Flasche? Das ist mein Vater, der da gerade fragt, wo die Grappa-Flasche ist. Den habt ihr vorhin schon an einem Plakat in meinem Zimmer gesehen, wenn ihr aufmerksam wart. Ja, und hier kommen wir morgens reingerollt, sehen aus wie der Tod auf Latschen und dann werden wir restauriert von den lieben Mädels, die ihren Job ganz, ganz toll machen. Ja, die sind ganz fantastisch. So, wenn ihr jetzt einmal so in den Spiegel schaut quasi, genau, und auf dieser Seite, dann seht ihr meine lieben Serieneltern und die machen ihren Job auch ganz großartig. Mit wem redest du da eigentlich, Frank? Ich rede mit unserem Publikum quasi. Mit unserer Facebook-Follower-Welt. Genau. Und hier können wir uns dann zum Beispiel auch mal angucken, wie Patricia geschminkt wird. Wie die Patricia geschminkt wird. Und der wunderbaren Melly. Von Melly. Das hier ist übrigens gerade ein Fresh-Up. Das ist ein Fresh-Up. Das ist ein Fresh-Up. Das bedeutet, Patricia war schon mal geschminkt heute Morgen, hatte jetzt eine längere Pause. Und jetzt wird man wieder frisch gemacht, damit man genauso fresh in die nächste Szene starten kann, wie man angefangen hat heute Morgen. Genau. Möchtest du unserem Publikum noch irgendwas sagen? Ah, ich will euch ganz viel sagen, aber die Worte passen jetzt gar nicht zwischen mich und die Puderquaste, sozusagen, zwischen euch und mich und die Puderquaste. Deswegen, toll, dass ihr dabei seid. Haltet uns weiter die Stange. Wir freuen uns. Ja, da bin ich dabei. Grappa für Papa. Und Grappa für Papa. Und Grappa für Papa. Wir sehen uns gleich im Kostüm. Der wunderbare Melly. Von Melly. Das hier ist übrigens gerade ein Fresh-Up. Das ist ein Fresh-Up. Das ist ein Fresh-Up. Das bedeutet, Patricia war schon mal geschminkt heute Morgen, hatte jetzt eine längere Pause. Und jetzt wird man wieder frisch gemacht. Damit war das Rache, wie die Grappa-Flasche ist. Den habt ihr vorhin schon an einem Plakat in meinem Zimmer gesehen, wenn ihr aufmerksam wart. Ja, und hier kommen wir morgens reingerollt. Sehen aus wie der Tod auf Latschen. Und dann werden wir restauriert von den lieben Mädels, die ihren Job ganz, ganz toll machen. Ja. Mit Charakter? Redest du da eigentlich, Frank? Ich rede mit unserem Publikum. Mit der Welt? Mit unserer Facebook-Follower-Welt. Mit Tokio? Genau. Und hier können wir uns dann zum Beispiel auch mal angucken, wie Patricia geschminkt wird. Wie Patricia geschminkt wird. Oh ja, guck mal. Und da sind wir in der Maske. Meistens kommen wir hier so gegen morgens um sieben, halb, acht. Sechs. Sechs sagt Patricia, die sitzt da drüben. Je nach Alter. Meine Mutti. Wo ist ja die Grappa-Flasche? Ganz furchtbar. Das ist mein Vater, der da ganz fantastisch. So, wenn ihr jetzt einmal so in den Spiegel schaut quasi, genau, und auf diese Seite, dann seht ihr meine lieben Serien-Eltern und die machen ihren Job auch ganz großartig. Danke schön. Tschüss. Danke schön.